Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Darth Vader lieferte sich einen Kampf mit den Rebellen. Leider verlor das Imperium nur Darth Vader es mit einer Rettungskatze ankommen. Hilfe, Hilfe, ich erbitte Notenlandung aus Naboo. Alles vorbereiten für die Notlandung aus Naboo. Ist alles okay mit dem Rüdiger? Okay, kann es wieder gehen. Wo ist der Planet? Mein Navigator geht nicht mehr. Endlich, da ist der Planet. Mist, die Steuerung ist kaputt. Oh, er ist mir schlecht. Ich muss gleich kotzen. Wo soll ich bloß landen? Achtung, Hochblendung! Hilfe! Hilfe! Du, er hat noch mal gut gegangen. Plätz da, ich muss mal. Guten Tag, mein Gott. Pfff, das hat gut getan. Na, wieder müssen sie auch mal. Plätz da, jetzt komm ich. Nicht vordrängeln, du sollst. Oh nein, mein Helm. Der Arme, jetzt ist er tot. Du, 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 du! Du, 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 du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017